... im Halbschwergewicht, das ist die Klasse, bis 81 Kilo stehen sich gegenüber für den CSC Frankfurt in der roten Ecke, Leo Bunn. Und für den märkischen Boxregenkampf in der blauen Ecke, Roshan Jafarov. Ring frei, Räume eins. Ring frei, Räume eins. Ring frei, Räume eins. Komm ein? Komm ein? Komm ein? Väume, Freunde. Ich stehe dabei! 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 Lass es kommen! Auf geht's! Ich stehe eigentliche dabei! Ich stehe dabei! Ich stehe dabei! Ich stehe dabei dabei! Wann b langem istえ dabei! Ich stehe dabei dabei dabei! Wann zurück jakson einmal plötzlicher br Yar graft Pel four Re thoroughly! G hatteogi, wach zu Guru dos sind. Dann gehe ich dann. Sobhol Ne biede doch Ich habe mich mit Botskörl in T.S. Frankfurt aus der Roten Ecke Leo Bund. Leo Bund bestritt bisher 81 Kämpfe, von denen er 52 gewinnen konnte. Er ist mehrfacher Landesverband und Regionalmeister. In der Roten Ecke für den CSC Frankfurt Leon Bund. Krieg frei ohne 2. Untertitelung im Auftrag des ZDF. 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 Das ist Ja! Für den Märkischen Box in Hamburgs im Halbschwergebiet Roshan Zafarov. Roshan beschrieb bisher 85 Tämpfe, von denen er 65 gewinnen konnte. Er ist mehrfacher Westfalen- und westdeutscher Meister. In der blauen Ecke für den Märkischen Box in Hamburgs Roshan Zafarov. Roshan Zafarov. Roshan Zafarov. Roshan Zafarov. Roshan Zafarov. grandparents. Die R Ja, schön. 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 Sende abla, sende. Selme abla, sende. Sende abla, gir abla. Birkaç yere gir adamı. Birecek seni? Gür. Bis zum nächsten Mal. Kommt, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du. Das ist Applaus Und hier das Ergebnis des Kampfes im Halbschwergewicht, der Sieger kommt aus der Roten Decke, Leo Buhn-Frankfurt. Für den abschließenden Kampf im Schwergewicht rufe ich an den Weg Sergej Hodesch und Ajan Cherifi.